Hallo und herzlich Willkommen zu Lets Battle Minecraft So ist das eine Weise? Ich bin auch dabei Ja genau Ähm Äh Äh... Äh... Es war nicht so gemeint Äh... Äh... Nein ähm... Ja Also soll ich erklären was wir überhaupt hier machen? Ja Ja Durch erstmal ich bin der die kultete 10 vielleicht kennt mich einer von euch Nächte nicht Ja Und du bist Wer bist du? Ich bin der Mitjune Ja, also wir werden ein Let's Battle machen, aber nicht so ein Let's Battle, wo ihr kennt. Es ist ein kleines, sozusagen, Event. Ja, also wir haben mal so ein Loch gemacht, also er weiß nicht, wo meine Base ist und ich weiß auch nicht, wo sein ist. Also, na, nein, überhaupt nicht. Aber die Entfernung ist sehr groß, also kann ich sehr schnell, also ich kann mich sehr schnell verirren. Und ja, ja, toll. Also wir haben eine Lederhanisch, also Lederbrustplatte und eine Lederhose. Und dann haben wir noch zum Essen, eine Bratzleisch-Schweinefleisch, dass wir nicht verhungern. Wollen, also wir werden pro Part zwei Part oder, wenn wir Lust haben, drei oder vier machen, ja. Also, wollen wir anfangen? Ja, denke mal schon. Ja, okay, aber ich hoffe, dass ich mal gewinne. Aber wir haben noch nie ein Letzt-Bettel gemacht, aber trotzdem, ich will auch mal gewinnen. Gut, wir werden mal sehen. Ähm, okay, dann fangen wir an. Gut, los geht's. Also keine Blöcke abbauen, oder was? Achso, die Regeln, achso, also, ähm, ja. Ja, haha, haha. Man darf nicht Blöcke abbauen oder so, also man darf nicht sich verstecken unter der Erde oder so. Ja. Ja, haha, also man darf nicht schieben, man darf keine Waffe benutzen, man darf nur die Faust benutzen, ja. Ja. Okay, ich bin fertig. Bist du fertig? Ja, ich bin, ja, okay. Ja, okay. Gut. Deine Base, glaube ich. Was? Deine Base, glaube ich. Ja, nein, deine Base. Okay, dann kann man anfangen. Ja, elf. Ich bin bereit. Ja, okay, gut, dann legen wir mal los. Ja, ah, ah, ah. Okay, ich bin kein Weichheit, ich werde dich töten, ja. Ja, das ist ja nochmal ausreichend. Ja, okay, der Leck hat so ein bisschen das aber. Ja, das ist ja aber nur ein bisschen. Ah, Lohga! Ah, verreck. Ich glaube, es ist vielleicht mal ein kleines Cup, dann machen wir mal die Base, ein bisschen weiter auseinander. Und wir waren die Stürze, okay, okay, du bist bestimmt. Ja, ich muss noch nah beieinander die Base. Ja, sehr, sehr. Ja, deswegen war gerade ein sehr spektakulärer Einstieg. Egal, trotzdem wird... Äh, okay, ich klicke die ganze Zeit, die Behörden auf mein... Auf meine Maus und ja, tu, warum denn zu weg? Ich, äh, nein. Ich muss da mal eigentlich was essen. Warte, nein. Ich glaube, ich jetzt warte. Ah. Nein, ah, ich kenne dich lieber gleich selber. Warte, nein. Nein. Okay, okay. Ja, Leute, yeah. Nein, die, ja, die erste Runde geht wohl an mich. Ja, Jubel. Freilich so. Was? Nein. Ähm, ja, hier sind deine Sachen. Zeug, wo bist du denn? Ach, dahin. Soll ich jetzt grad machen? Okay, wir und also wir machen jetzt ein kleines, ein kleines Tat und wir werden die Base einfach viel weiter auseinanderbauen. Gott, dann bis gleich. Bis gleich.